...weiss, den sie finden, wird daran etwas ändern. Und jetzt verschwinden sie. Sie können die Wahrheit nicht verbergen. ...stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach. Wir müssen weiter runter. Hat sich sehr gelohnt, hier hochzukommen. Und hier hinter. Nur Sand. Ah, hier seid ihr. Hier können wir nicht rein. Okay. Ah, falsche Taste. Hier raucht alles voller Sand. Suchen wir den Ausgang. Da ist eine Tür. Da geht es wohl raus. Ja, würde ich auch sagen. Auauch. Fuuuuck. Ah. Halt er fest. Auauch. Ja, genau! Scheiße! Autsch! Ja, genau! Sicher, der fällt dort ab von diesem Hochhaus runter. Aber klar doch! Au! Aber sehr! Hört ihr mich? Toll! Kein Signal! Wird ja immer besser. Okay, ich brauche schnell ein Gewehr. Okay. Okay. Hier, 2-2. Wir haben einen gefallenen Verdamm. Ich wiederhole. Mann am Boden. Over. Da! Feuer! Feuer! Roger! 2-2 Bravo! Verstanden! Wegt möglich! Wiederhole! Aufricht! Over! Bewegt eure Ärsche! Oh! Drücke vor! Befehl da! Walker! Hörst du mich? Ja, ja! Ja! Alles okay? Hört es sich doch an! Schwenkt euch hier runter! Hörst du mich hier runter! Gut gemacht! Hörst du mich! Schwenkt euch! Wir gehen auf Leitzeit! Okay! Ich brauche Deckung! Ich geh rein! Du Single! Hörst du mein dämlicher Wichser! Beweg dich! Feind! War mit drum geschenkt! Feuer! 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 Achtung! Reinhalt! Ein! 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 Die ist in Deckung! Ich hab einen! Ich hab einen! Ich hab einen! Habt das noch keiner Du場! Ach! Unterwegs! Hallo! Feuer! Wir haben Kontrapt! Das sind von uns gelacht! Ihr leitet schwere Verluste! Verstreichen Sack! Okay. Geht doch. Hier werden keine Wege abgeschnitten. Verdammt, deinen Schuss verschwenden! Bravo 2, wir sind unterwegs! Da kommt die Kavallerie! Sie wird nervös! Danke, Jungs! Wurde aber auch Zeit, dass ihr mal euren Arsch hier hinbewegt. Wo bleibt ihr denn so lang? Der Aufzug war hin, wir mussten zu Fuss gehen. Völliger Zeitpunkt, Sergeant. Was? Schon okay, Adams. Mir fehlt auch nichts. Kein Grund zur Aufregung. Ich sag ja nur. Ich weiss, ich weiss. Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah. Dann mal los! Da hinten! Da sind sie! Ich geh rein! Ich bin weg! Ne! Hier geht niemand weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ihr bleibt hier! Und abwascht! Wo wollen die hin? Ziele hoch! Ziele hoch! Eine Haftgranate! Wir sind ein paar Versprengte! Erledigt die Veränderung! Sie bewegt sich! Eine ohne Deckung! Leg ihn auf! Fertig 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 Nein Mist Dann nochmal Was ist denn los Wir haben Besuch Einer weniger Delta rückt vor So nun zufrieden Jaja das wissen wir alle Erledigt sie bevor sie an Anschlagen vor Feind bewegt sich Wechsel in Position Ich steppe fest Feind über uns Scheiße Ein hinterher So hier Bitte Okay Was Wiese Schlachtscheiße hier Ja Ich gehe rein Bedrohung eliminiert Befehl ist klar Ausrücken Okay Halt dich Schnauze Los Plakiert dich Los Delta komm Hier gibt es nichts zu Holen Ausser den Tod Einmal Tod für den Herr Feind am Boden Eine kleine Portion Eine kleine Portion Tod für den Herr Scheint ihm nicht geschmeckt zu haben Zackgasse Adams mach die Tür auf Alles klar Wow das geht ja echt Scheiße Was ist denn Etliche Gegner von hinten Wir sitzen in der Falle Walker Da ist ein MG Gib mir Deckung während ich die Tür aufmache Kein Problem Wir haben sie Ohrücken Los los Ich kann dir helfen Boss Nenn mir ein Ziel Okay Ja Mist Außen auf den Frachtcontainer Lass uns nach Gib mir Deckung Schon geht es nicht hier Vorsicht Gägen um den Rohr Lass sie nicht zu da ran Einer ohne Deckung legt ihn auf Feind ausgeschaltet Gägen 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 Er schießt den Gegner Klar ich schalt ihn aus Gägen Ja dann mach mal Gägen 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 Danke Okay Ziel ist ausgeschaltet Sehr gut Sehr gut Lugo den Scharfschützen Verstanden ich leg ihn um Ah schon erledigt Sie ist dritter Erdatz Das fickt nicht der Ausgang Ich bin dran Pass mal los sie mir verbleiben Zwei RPGs, oben! Okay, Ziel ist ausgeschalten. Klar, ich schalt ihn aus! Der Penner. Ziel ist tot. Okay. Jetzt kriegt sie am Boden, die Arflöcher. 4-2-2, wir haben einen gefallenen, verdammt! Küst auf, los jetzt! Wir können los, Walker, komm! Was stinkt denn hier so? Ja, wartet mal, wartet mal einen kleinen Moment. Ich habe hier hinten was Kleines, Feines gesehen. Während ich euch da verteidigt habe. I. Sie sind aus Wiener! Oh, scheiße! Oh Gott! So viele Leichen! Äh... Verdammt, was ist das? Daniels, sind Sie noch bei uns? Lieutenant Daniels! Bewusstlos! Gebt Bescheid, wenn er wieder zu sich kommt. Dann geht's weiter. Ja, Sir! Sie haben ihre eigenen Leute gekillt? Die sind aufeinander losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Unrecht. Vorsicht, die werden warten. Okay. Dann werden die warten. Okay. Muss nachladen. Er ist kein Mensch. Captain! Auf der Treppe! Ich seh's. Was seht ihr? Achtung! Das ist Daniels, Süßes. Dann ist der Mann schon längst tot. Das war eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Kein blassen Dunst. Wow, Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Tja, Captain. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja, und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich. Ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach rein spazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Los geht's, Jungs! Ab die Party! Captain Worker! Was zur Hölle? Da oben! Das ist Gould! Verschwindet! Los, los! Rett weg! Los geht's, wenn ihr hier raus wollt, dann tut, was ich euch sage. Ist das klar? Oh, das war es okay. Ich bin Action-Gurie. Okay. Sie sind Captain Boca. Dann tof aus. Soher sind sie, wenn wir sind. Platz mir. Fucking. Aber jetzt ist keine Zeit. Sinn, Ruhi. Naja. Wir sind hier anscheinend in eine kleine Falle getappt. Wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Aufnahmesession, beziehungsweise im nächsten Part, wie ihr sehen wollt. Ja, ich verabschiede mich hiermit und sage mal, bis dann. Tschüss. Halt dran, liebe Zockfreunde. Tschüss.